Hier steckt ihr also. Ich dachte, ihr holt die Biertische aus der Garage. Wir machen nur eine kleine Pause. Eine kleine Pause machen die Herrschaften. In einer halben Stunde stürmen die ganzen Gäste in unsere Wohnung. Nichts ist fertig und die Herrschaften machen eine Pause. Und als was bist du verkleidet? Als Zicke. Das würde ja passen. Peck, peck, peck. Nur zu deiner Information, dass ich bin der Geistbock. Hennes der Achte, nur falls sich jemand fragen sollte. Hast du Franziska gesehen? Ja, die ist in unserem Schlafzimmer. Immer noch. Alleine? Nicht, nein, natürlich nicht. Da ist ja noch ein Bär drin. Wer kann das Bären mal schütteln? Das Bären, das Kostüm. Du bist all übernacht. Räumt nur auf. Aufräumen heißt das heute also. Sie haben ein Kostüm gesucht. Ja, das haben wir ihr jetzt auch mitgebracht, ne? Ja, ich bringe das ganz schnell rein. Natürlich. Dann kann sie sich ja ausziehen und das Kostüm direkt anprobieren. Da ist ja außerdem, deren soll es niemand, der zuschauen könnte. Doch, doch. Das ist einer. Ja. Ich. Du. Ich. Ich werde hier nicht dabei sein. Ja. Held. Held. Um mir zu helfen. Und ich bin jetzt oben und bereite den Rest vor. Soll heißen, wir gehen jetzt auch besser hoch und holen mal die restlichen Biertische. Ja, so hatte ich das auch verstanden. Man stimmt so kurz noch auf die Hörner. Was war jetzt die Zicke? Nee, den Geistkorn. Ja, ich bin jetzt oben.